Oh, Stau! Kassenschlange im Supermarkt. Ich muss zur Kita. Wer hat den letzten Joghurt gegessen? Jetzt gib mir mein blöder Chef den Urlaubstag nicht. Hey, mach die Musik leiser. Ich kann nicht schlafen. Wie soll ich das alles schaffen? Stress. Jeder kennt ihn, jeder hat ihn. Bei mir merkt man schnell, wenn ich gestresst bin. Denn dann bin ich gereizt, werde unfreundlich. Zudem setze ich mich selbst gern unter Druck, stresse mich also selbst, ich will perfekt sein und leide darunter, wenn ich es nicht bin. Das soll aufhören, habe ich beschlossen und stoße auf einen Kurs. Acht Wochen lang MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, also achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Achtsamkeitstraining. Laut Homepage etwas für Menschen, die Wege suchen, mit Belastungen im Beruf und Alltag besser umzugehen. Ja, das passt. Stress und Hektik entgegenwirken und ihrem Leben eine neue Qualität geben wollen. Klingt gut. Aufgrund der vielfältigen Anforderungen spüren, dass etwas Wichtiges verloren geht. Der Kontakt zu sich selbst, zu den eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Ich melde mich also an für den Acht Wochen Achtsamkeitskurs. Im Dezember 2014 treffe ich meinen zukünftigen Achtsamkeitstrainer Peter Herzog zum Vorgespräch. Das macht er mit jedem der neuen Kursteilnehmer. Er will uns kennenlernen, unsere Motivation erfahren. Was sind unsere Ziele, unsere Erwartungen? Was oft kommt, ist, sich selbst was Gutes tun, Abstand gewinnen, besser mit Stress umgehen. Natürlich, weil das ist natürlich dem Namen auch geschuldet. MBSR meint für Best Stress Reduction. Sie eine Auszeit gönnen. Auch wirklich eine ganz, ganz breite Palette an Motivationen. Aber immer natürlich schon so ein gewisser, zumindest unterschwelliger, leidensdruckendes Gefühl, was verändern zu wollen im Leben. Das habe ich bisher bei jedem gespürt. Ich selbst würde jetzt nicht sagen, dass ich eine Auszeit möchte. Aber den Leidensdruck, nicht mehr so gestresst, so getrieben und fremdbestimmt sein zu wollen, den spüre ich schon auch. Peter, wie ich ihn ab sofort nenne, ist bereit, mich in meiner Doppelfunktion in den Kurs aufzunehmen. Als ganz normale, erfahrungssammelnde Teilnehmerin und als Journalistin. Aber er muss klären, ob das auch für die anderen in Ordnung ist. Denn in den acht Wochen werden intime Themen berührt, persönliche Fragen besprochen. Und so stellt sich schließlich auch heraus, ich kann teilnehmen und berichten. Mein Mikrofon darf ich aber nicht mitbringen. Es geht los. Von jetzt ab treffen wir uns jeden Montagabend für zweieinhalb Stunden. In unserem Kursraum liegen violette Yogamatten aus, darauf pinke Decken und lila geblümte Sitzkissen. Nicht wirklich meine Farben, meine Welt, aber was soll's. Wir lassen uns in bequemer Kleidung darauf nieder. Sechs Frauen, drei Männer, von um die 30 bis Ende 50. Bald erfahre ich, alle stehen mitten im Leben, mit Karriere, Familie. Eher Anzug als Aussteiger. Und dann geht es auch schon in medias res. Hinlegen sollen wir uns, die Augen schließen. Uns mit Forschergeist dem öffnen, was uns erwartet. Der ersten Meditation. Die Position sollte sich für Dich in diesem Augenblick stimmig einfühlen. Der Bodhi-Scan. Ein wesentlicher Bestandteil des Achtsamkeitstrainings. Wie mit dem Lichtkegel einer Taschenlampe beleuchtet man mit seiner Aufmerksamkeit zunächst die Füße und Beine. Wandert dann über Hüfte, Oberkörper und Arme bis zum Kopf. Eine Reise durch den eigenen Körper. Eine halbe bis dreiviertel Stunde lang konzentriere ich mich voll auf meine Körperempfindungen. Die Aufgabe ist, diese Empfindungen einfach nur zu beobachten, ohne in irgendeiner Form darauf zu reagieren, ohne eine bestimmte Körperempfindung herbeizuwünschen oder irgendwas, was da ist, beispielsweise Schmerz, jetzt nicht haben zu wollen. Tatsächlich gerate ich allmählich in eine Art Schwebezustand. Zwar driftet meine Aufmerksamkeit immer mal ab und ich muss sie zurückholen, aber mein Körper fühlt sich angenehm leicht an, fast schwerelos. Das ist ungemein entspannend. Doch der Bodyscan bringt weit mehr als das, sagt Peter. Oft ist es ja so, dass wir unseren Körper nur als gegeben wahrnehmen. Das ist etwas, das begleitet unser ganzes Leben lang. Und oftmals fällt er uns nur auf, wenn er nicht so ist, wie wir ihn haben wollen. Wir sehen dann irgendwelche Makel. Und durch diesen Bodyscan haben wir die Gelegenheit, wieder eine neue Beziehung zu unserem Körper aufzubauen. Und das wiederum ist der erste Schritt zu einer Begegnung mit mir selbst. Darum soll es gehen, die Reize von außen ausblenden zu lernen. Dass die Decken pink sind, dass ich später noch ein unangenehmes Telefonat vor mir habe. All das ist jetzt egal. Dazu dient auch die zweite Übung des Abends. Peter teilt Rosinen aus. Wieder geht es vor allem um die achtsame Wahrnehmung. Nicht einfach schnell essen. Nein. Die Rosinenübung. Nimm eine Rosine in die Hand. Schau dir die Frucht genau an. Als ob du so etwas noch nie gesehen hättest. Nimm die Oberflächenstruktur, die Farbe, die Größe wahr. Fühle die Rosine zwischen Daumen und Zeigefinger, indem du sie leicht drückst oder hin und her drehst. Ist etwas klebrig? Ist sie weich oder hart? Rieche an der Rosine. Welche Gefühle, welche Gedanken bemerkst du? Nimm die Rosine in den Mund. Aber noch ohne sie zu kauen. Spüre die Frucht auf der Zunge. Wie fühlt sich das an? Schmeckst du schon etwas? Beginne die Rosine langsam zu kauen. Beobachte genau, was passiert. Versuche, die Rosine so lang wie möglich im Mund zu behalten, bevor du sie schluckst. Spüre nach dem Schlucken nach. Was hast du während der Übung empfunden? Eigentlich mag ich gar keine Rosinen und werde bei so langen Anleitungen auch gern mal ungeduldig. Erstaunlicherweise hat das aber gar nicht gestört. Mit dem von Peter erwünschten Forschergeist lasse ich mich auf alles ein. Klar, zwischendrin frage ich mich, was machst du da? Du hörst an einer Rosine. Aber ich will ja offen bleiben. Und dann entdecke ich. Die Falten und Runzeln, den bittersüßen Geruch, das Kleben. Als ich die Frucht schließlich zerkaue, gleichen meine Geschmacksnerven einem Feuerwerk. So intensiv nehme ich das Erlebnis wahr. Beeindruckend. Achtsames Essen wird ein Teil unserer Hausaufgabe. Zusätzlich sollen wir jeden Tag einen Bodyscan durchführen. Dazu gibt uns Peter auf einem USB-Stick die Audioanleitung mit nach Hause. Motiviert rolle ich am nächsten Abend meine Yogamatte zu Hause aus und starte den Bodyscan. Doch ich kann mich weder konzentrieren noch entspannen. Stattdessen Unruhe, Gedanken an die Arbeit, an die Einkaufsliste. Ich bin von mir enttäuscht, frustriert. Am Tag darauf das Gleiche. Irgendwann breche ich die Körperreise dann sogar auf Hüfthöhe ab. Denke mir, wenn ich jetzt in meinem Buch weiterlese, entspannt mich das Meer. Mit meiner Erfahrung bin ich nicht alleine. Auch die anderen Kursteilnehmer melden Probleme. Zu viele Gedanken hätten abgelenkt. Zu spät am Abend hätte der Bodyscan dazu geführt, dass man einschläft. Die meisten haben die Übung aber tatsächlich fast täglich ausgeführt. Das brachte auch positive Ergebnisse. Sie erzählen davon, besser zu schlafen, sich wacher und präsenter zu fühlen. Eine hat sich spontan ein Klavier gekauft und sich damit einen Traum erfüllt. Gerhard, ein Kursteilnehmer, den ich am Ende des Kurses interviewe, erinnert sich, dass ich bei ihm schon bald eine Veränderung feststellen ließ. Das ging eigentlich ziemlich schnell. Ich glaube, das war schon auf den ersten beiden Terminen, wo ich dann auch das Video bekriegt habe, du bist ja irgendwie viel aufmerksamer, viel wacher, so im Gespräch auch. Weil es ist leider so gewesen, in den harten Zeiten war es so, da hat man kaum an Gesprächen beteiligt. Das ist dann einfach so vorbeigewischt. Mit den harten Zeiten meint Gerhard sein Burnout im Frühjahr 2014. In einer darauf folgenden Gruppentherapie hat der 59-jährige Chemiker und vierfache Vater erfahren, wie er ins Burnout hineingerutscht war. Auch nach der Therapie wollte er dranbleiben, etwas für sich tun. Seine Therapeutin hat ihm den Acht-Wochen-Achtsamkeitskurs empfohlen. Nach einem gemeinsamen Bodyscan teilt Peter uns, wie jede Woche, Unterlagen für unsere Mappe aus. Wir schauen uns gemeinsam sogenannte Kipp-Bilder an, also Bilder, auf denen man zunächst ein Motiv entdeckt. Wenn man aber sucht, dann kippt das Bild plötzlich in der Wahrnehmung und man sieht etwas völlig anderes. Ein bärtiges Männergesicht wird zum Sammelsurium aus Obst und Gemüse. Ein Frauenporträt in schwarz-weiß wird zur Silhouette eines Saxophonspielers. Die Kipp-Bilder eignen sich sehr schön, dass es immer mehrere Perspektiven gibt. Da ist ein ganz großer Bezug auch zu Beziehungen oder zum Thema soziale Interaktion, dass es oft auch vollkommener Quatsch ist, sich über Dinge zu streiten. Der eine hat eine Brille mit roter Tönung auf, der eine mit blauer Tönung. Und jetzt versucht der eine dem anderen zu überzeugen, die Welt ist blau und der andere die Welt ist rot. Und es hat einfach nur zwei Sichtweisen. Das gefällt mir. Es befreit mich von der Idee, dass es nur ein richtig gibt. Das wiederum gibt mir das Gefühl, mich mehr auf meine eigenen Gedanken und Gefühle verlassen zu können. Es stärkt mein Selbstvertrauen. Noch in derselben Woche komme ich mit Kollegen ins Gespräch. Sie kritisieren ein Interview von mir. Ich will mich rechtfertigen, doch dann halte ich inne. Moment, vielleicht sehen Sie in diesem Kipp-Bild, dem Interview, nur einfach etwas anderes als ich. Beide Sichtweisen stehen gleichberechtigt nebeneinander. Und plötzlich kann ich die Kritik besser annehmen, verstehe sie sogar, lerne daraus. Mit dem angenehmen Mehrwert auch noch entspannt reagiert zu haben. Montag, 26. Januar, drittes Treffen. Ich bin krank, habe Grippe, kann nicht zum Kurs gehen. Peter versorgt mich mit Material und Übungen. In der vergangenen Woche war es unsere Aufgabe, neben dem Bodyscan täglich ein positives Erlebnis aufzuschreiben. Auf der Liste landet eine Stunde mit schöner Musik, ein nettes Abendessen mit meinem Partner, ein lustiger Tratsch mit den Nachbarskindern. Für die kommende Woche stehen die negativen Erfahrungen an. Ich schreibe auf, dass ich mich über mein altes und langsames Handy ärgere, wie nervig das ewige Warten auf meine immer schon trödlige Freundin ist und dass ich die Suppe versalzen habe. Doof. Montag, 2. Februar, viertes Treffen. Alle sind sich einig. Während der Fokus auf die positiven Ereignisse einen leicht durch die Woche trug, machte es schlechte Laune, das Negative festzuhalten. Das ist ja immer eine Entscheidung, die jeder selber hat. Es geht nicht darum, nur noch auf die schönen Dinge zu gucken und sich noch damit zu beschäftigen. Aber die Übung ist sehr gut dazu geeignet, dass einem bewusst wird, dass in unserem Leben sehr viele schöne Dinge passieren, dass wir aber verlernt haben, draufzuschauen. Und die eigene Ziel der Übung ist auch, ein Muster zu erkennen. Wie gehe ich denn mit angenehmen Dingen um? Wie gehe ich denn mit negativen Dingen um? Also ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Was wir mit Peter besprechen, klingt weder neu noch nach Zauberei. Aber es ist bemerkenswert, dieses Experiment mal eine ganze Woche lang durchzuführen. An diesem Kursabend habe ich ein Schlüsselerlebnis. Wir machen gemeinsam eine sehr lange Sitzmeditation. Die Sitzmeditation. Wie es der Name schon sagt, sitzt man mit aufrechtem Rücken auf einem stabilen Kissen oder Stuhl. Die Meditation besteht aus mehreren Schritten. Als erstes beobachtet man, wie der Atem fließt. Man spürt dem Atem nach. Was fühlt man im Bauch, im Brustkorb? Was in der Nase? Dann achtet man auf das, was man hört. Welche Geräusche sind im Raum? Womit verbinde ich sie? Welche Gefühle lösen sie in mir aus? Ich höre jetzt einen Rattern auf der Straße. Dann baut mein Geist daraus sofort so dieses Bild. Okay, Auto. Und mit Auto kommen dann vielleicht auch Gefühle mit. Ich sage, Mensch, jetzt fährt dir da die Straße so schnell entlang. Das ist doch eine 30er-Zone. Und ich sitze hier und will meditieren. Das ist viel zu laut. Und da kommt dann ein Ärger mit. Und man kann da sehr schön merken, was in unserem Geist passiert. Ich höre das Atmen meiner Kurskollegen. Schritte und Autos von draußen. Aber ich nehme die Geräusche einfach nur wahr. Jetzt sind die Gefühle dran. Wie fühle ich mich? Wie geht es mir? Als nächstes die Gedanken. Was kommt mir in den Kopf? Beobachte die Gedanken, wie sie kommen und wie sie weiterziehen. Im nächsten Schritt konzentriert man sich auf die Körperempfindungen. Gibt es Schmerzen? Wo spüre ich was? Besonders spannend finde ich, was alles auftaucht, wenn ich meinen gedankenfreien Lauf lasse. Alles wird kurz begrüßt. Ah ja, genau. Und wieder weitergeschickt. Bis später vielleicht. Abschließend öffnet sich der Gewahrsam für alles, was in diesem Augenblick da ist. Für alles, was man vorher beobachtet hat. Man sitzt dann einfach nur mit einem, wir nennen das offenes Gewahrsein, nicht wertendes offenes Gewahrsein, in dem alles, was sich zeigen möchte, sich zeigen darf. Und wir sitzen einfach nur und beobachten uns. Das lange Sitzen mit geradem Rücken ist anstrengend. Mein Fuß schläft ein. In dem Moment, als ich davon genervt bin, kommt von Peter die Anweisung, alles so anzunehmen, wie es ist, nichts ändern zu wollen. Das fordert mich heraus. Aber ich versuche es. Und tatsächlich. Durch das innere Annehmen und gleichzeitige Loslassen bin ich zunächst nicht mehr genervt. Und wenig später kribbelt es dann auch gar nicht mehr im Fuß. Eine Erfahrung, die ich mir merke, die ich in den Alltag übertragen möchte. Es ist im Grunde genommen viel einfacher, sich selbst zu ändern, wie immer ständig das Außen zu ändern. Klar, es ist eine große Herausforderung, es zu ändern, aber viel nachhaltiger, weil im Außen immer wieder Sachen passieren, die mir nicht in den Kram passen. Auch bei einer anderen Kursteilnehmerin schlägt diese Erkenntnis ein. Managerin, etwa Mitte 40, beruflich gefordert, zu Hause einen Umbau mit Handwerkern etc. Gestresst. Sie möchte nicht interviewt werden, aber im Kurs berichtet sie von einem Erlebnis. Etwa so. Ich war mit meinem Patenkind beim Skifahren. Lange schon geplant. Und ich mag den Kleinen echt gern. Aber dann stand ich da auf der Piste und konnte das einfach nicht genießen. Ständig dachte ich an die Handwerker zu Hause und dass ich jetzt eigentlich dort sein müsste. Das fand ich dann meinem Patenkind gegenüber wieder unfair. Dann habe ich mich hier an den Kurs erinnert. Daran, Dinge, die man nicht ändern kann, anzunehmen. Also meine Einstellung dazu zu ändern. Und es hat geklappt. Ich wusste, ich bin jetzt hier auf der Piste. Und ich will das auch. Also höre ich jetzt einfach auf mit den Gedanken, ständig woanders zu sein. Und von dem Moment an hatten wir eine tolle Zeit zusammen. Da ganz konkret merkt man auch, was es mit uns macht, diese Vorstellungen, wie die Dinge zu sein haben. Ja, ich sollte jetzt gar nicht hier auf der Piste sein, sondern ich sollte zu Hause die Handwerker beobachten. Und wie sehr es die Qualität dieser Lebens ändern kann, mit dem zu sein, was im Augenblick ist, mit der Skipiste, mit dem Patenkind. Auch darum geht es bei der Achtsamkeit. Im Augenblick, im Hier und Jetzt zu sein. Nicht immer beim Mittagessen gleichzeitig die Mails checken. Nicht immer auf dem Weg zur Arbeit schon in Gedanken die erste Excel-Datei öffnen. Etwas, das durch Meditation geübt wird. Bei jeder Meditation ist man immer im Hier und Jetzt, weil man mit was arbeitet, was im Augenblick stattfindet. Also entweder hören oder das Atmen. Weil es ist Fakt, dass unser Leben nur im Augenblick stattfindet. Und ich denke, da sollte man dann auch unsere ganze Aufmerksamkeit hindenken. Peter erklärt uns an diesem Kursabend, wie Körper und Psyche auf Stress reagieren. Dass die Signale wie Muskelanspannung, Schlafstörungen, Kopf- und Rückenschmerzen nicht übergangen werden dürfen, weil das nur weiteren Stress hervorruft. Ein Kreislauf, den Kursteilnehmer Gerhard kennt, der bei ihm zum Burnout führte. Beim späteren Interview erzählt er, was er an solchen Abenden im Kurs gelernt hat. Ich glaube, das Zentrale ist einfach, dass ich das Gefühl habe, dass ich mich selber sozusagen wieder habe. So in meiner Eigengestimmtheit. Und das Gefühl hatte ich damals halt nicht mehr. Also wenn man das Gefühl nicht mehr hat, dass man selbstbestimmt lebt und die Eigenständigkeit verliert, also das geht eigentlich nicht. Montag, 9. Februar, fünftes Treffen. Wie jeden Montagabend stehen auch heute wieder mehrere Meditationen auf dem Programm. Im Repertoire haben wir nun neben Bodyscan und Sitzmeditation auch die achtsame Bewegung. Achtsame Bewegung. Führe im Liegen oder Stehen langsam und konzentriert yogaähnliche Körperübungen aus und beobachte dich dabei. Wie fühlt sich der Boden unter deinen Füßen an? Spürst du eine Dehnung? Hast du ehrgeizige Durchhaltegedanken? Oder gönnst du es dir, eine Übung abzubrechen, wenn du merkst, sie ist zu anstrengend? Ich erkenne mich sofort wieder. In meinem Kopf schwirren die Gedanken. Boah, das zieht in den Beinen. Viel länger kann ich das jetzt nicht mehr halten. Aber ich will nicht die Erste sein, die aufhört. Mann, wann macht der weiter? Ach, pfeift drauf. Ich lege den Rücken jetzt ab. Es ist hier schließlich kein Wettkampf. Es ist auch eine schöne Übung, um die eigenen Grenzen kennenzulernen, zu erfahren, wann sagt mir denn mein Körper bis hierhin und jetzt nicht weiter. Auch eine Fähigkeit, die ich finde, die wir im Alltag oft verlieren. Ich habe die Drei-Minuten-Übung für mich entdeckt. Quasi eine Quickie-Sitzmeditation. Im Lauf des Tages innehalten, in sich hineinhorchen, den Atem, die Gefühle, die Gedanken, die Körperempfindungen durchlaufen. Nach dieser Übung werde ich regelrecht süchtig. Sie führt mich kurz und effektiv zu mir, macht mir klar, wie es mir gerade geht. Die Folge? Ich bin ausgeglichener, zufriedener, gelassener. Samstag, 14. Februar, Tag der Achtsamkeit. Wir sind eingeladen, einen ganzen Tag lang zu meditieren. Mehr als das. Ab dem einleitenden Gongschlag schweigen wir. Auch in der Mittagspause. In diesen sechs, sieben Stunden, die man da gemeinsam übt, versucht man, den Import von außen, soweit es geht, abzuschotten. Und die Teilnehmer üben eben in Stille, ohne zu lesen, ohne Handy, WhatsApp-Nachrichten zu schreiben oder was auch immer. Und haben so die Gelegenheit, auf eine intensivere Art und Weise zu sich selbst zu finden. Eine Meditation reiht sich an die andere. Bodyscan, Sitzmeditation, achtsame Bewegung im Liegen und im Stehen, Gehmeditation. Langsam und konzentriert gehen. Den Fuß bewusst abrollen. Die Berührung mit dem Boden genau wahrnehmen. Die Aufmerksamkeit von der Fußsohle auf das Sprunggelenk, dann auf die Knie, auf die Hüfte lenken. Was ändert sich, wenn du beim Gehen die Augen schließt? Was ist anders, wenn du rückwärts gehst? Der Tag ist anstrengend, fordert viel Konzentration. Aber die Stille und Zurückgezogenheit tun gut. Als Peter zum Schluss mit dem Gong das Schweigen beendet, will ich gar nicht sprechen. Ich will lieber in der Ruhe bleiben. Genieße, dass ich so ausgeglichen mit mir selbst bin. Montag, 16. Februar, sechstes Treffen. In der zweiten Sitzmeditation des Abends entdecke ich mein Lieblingsbild, einen inneren Ort, den Peter uns vorschlägt. Dorthin reise ich seitdem fast täglich. Am Fluss. Du setzt dich ans Ufer eines Flusses. Siehst ihm zu, wie er vorbeifließt. An meinem Ufer liegen weiße, glattgeschliffene Kieselsteine. Ich sitze im Halbschatten eines Bäumchens und schaue auf das dunkle, kühle Wasser. Bei dir ist die Ruhe. Du lässt alles an dir vorbeiziehen. Wenn dich ein Gedanke oder ein Gefühl nicht loslässt, dann setze ich ihn auf ein Treibholz im Wasser, schaue ihm freundlich nach, bis er weggeschwommen ist. Alles in dir wird ruhig. Ja, nichts stört mich mehr oder wühlt mich auf. Wie nach jeder Meditation tauschen wir auch nach dieser unsere Erfahrungen aus. Nicht nur auf mich hatte der Ausflug an den Fluss seine Wirkung. Die Managerin wirft plötzlich eine interessante Beobachtung in den Raum. Wenn ich meine Gedanken und Gefühle in der Meditation so gut beobachten kann, sie sogar loslassen und davonschicken kann, dann denke ich immer, was ist denn da noch so? Denn das heißt ja, dass hinter meinen Gedanken und Gefühlen noch etwas anderes ist. Dass ich oder vielleicht das mein Ich gar nicht identisch ist mit den Gedanken und Gefühlen, die ich habe. Damit hat sie einen der Kernpunkte der Achtsamkeit benannt. Denn diese Erkenntnis hat zur Folge, dass man dem, was täglich auf einen einprasselt, mit Distanz gegenübertreten kann. Letztendlich ist es ja so, dass wir uns immer sehr stark auch mit unserem eigenen Erleben identifizieren. Das kennt wahrscheinlich jeder von sich, wenn man von irgendwas überflutet wird, von einem Gefühl. Und bei der Meditation kann es zu so einer Erfahrung kommen, dass man eben durch das Beobachten der Gefühle oder der Gedanken merkt, dass es da irgendwie noch eine Instanz gibt, die das beobachtet. Und dadurch erhält man automatisch so eine gewisse Distanz vom Erleben und hat die Möglichkeit, das auch aus anderen Perspektiven zu betrachten. Für Kursteilnehmer Gerhard eine Methode, dem Burnout in Zukunft vorzubeugen. Wenn es mir so zu früh wird, dann vielleicht einmal so eine Atemmeditation, ein paar Minuten. Oder wenn es im Gespräch ist, dann sage ich auch ganz klar, du, das muss ich mir jetzt erst überlegen. Also das nicht sofort auch immer reagieren müssen. Das ist auch ein ganz wichtiges Ding eigentlich, wie man sich auch sich selber da ein bisschen rausnehmen kann. Noch eine weitere Übung steht an diesem Abend auf dem Programm. Achtsame Kommunikation. Wir sollen uns zu zweit zusammentun. Übung Achtsame Kommunikation. Person A erzählt Person B drei Minuten lang, was sie an sich selbst schätzt, worauf sie stolz ist. Anschließend fasst Person B wiederum in drei Minuten zusammen, was sie von Person A verstanden hat. Dann gibt Person A noch einmal Rückmeldung, ob sie sich verstanden fühlt. Auch hier erwartet mich wieder eine spannende Selbsterfahrung. Nämlich zuzulassen, dass andere Menschen mich aus ihrer Perspektive betrachten. und dass die nicht zwingend mit meiner eigenen übereinstimmt. Ich werde quasi zum Kippbild. Zunächst will mir das nicht recht passen. Aber auch hier hilft annehmen und somit den Gedanken loslassen, dass jemand mich halt nicht genau so sieht, wie ich mich selbst. Der Kurs geht langsam dem Ende zu. Peter leitet uns jetzt weniger an in den Meditationen. Er fordert uns auf, uns unsere eigene Meditation zusammenzustellen. Achtsamkeit ins Leben zu integrieren, bedeutet nämlich nicht, strengen Regeln oder Vorschriften zu folgen. Man könnte sagen, Achtsamkeit ist, was du draus machst. Nur das Dranbleiben, sagt Peter, das ist entscheidend. Es ist immer ein individueller Prozess, der stattfindet. Gleichwohl, wenn du das Thema jetzt Übung ansprichst, dann ist es aus meiner Erfahrung schon so, dass die Veränderung, die in den acht Wochen passiert, dass die durch regelmäßiges weiteres Übungen letztendlich dann auch verankert wird. Und dass es oft so ist, dass Kurszeitnehmer die acht Wochen absolvieren und danach dann nicht mehr üben aus irgendwelchen Gründen. Und dann kann sich so diese Veränderung auch nicht manifestieren. Aber man kann es auch schaffen. Gerhard, den ich zwei Monate nach Kursende noch einmal treffe, integriert die Übungen in seinen stressigen Alltag zwischen Beruf und Familie. Drei- bis viermal in der Woche meditiert er. Es gibt eigentlich zwei Sachen, die ich gerne mache. Das ist tatsächlich der Bodyscan. Und dann mache ich gerne auch die Sitzmeditation. Also wenn man anfängt mit dem Atmen und dann mal das Gehör umschaltet und so. Und so das meditative Gehen habe ich eigentlich in den Alltag jetzt einbaut. Weil ich habe ungefähr rund zehn Minuten zur S-Bahn. Und das ist schon mal so ein ganz guter Start. Vor allen Dingen in der Früh. Gerhard erzählt mir auch, dass ihn der Kurs positiv verändert hat. Dass er viele Rückmeldungen bekommt von Familie und Freunden. Ganz besonders entspannt hat sich das Verhältnis zu seiner Ex-Frau. Der Achtsamkeitskurs, sagt er, war das Intensivste, was er je gemacht hat. Es war deswegen so intensiv, weil ich noch nie eigentlich mich so eingehend und ausführlich auf mich selber konzentriert habe. Dennoch würde er nicht sagen, dass er jetzt egoistischer geworden sei. Nee. Man schuldet nur seine Wachsamkeit und Aufmerksamkeit. Es ist ja nicht so, dass man nur an sich selber denkt. Aber der Ausgangspunkt, wenn ich wirklich achtsam durchs Leben gehe, ist das, dass ich mich selber richtig wahrnehme. Montag, 2. März. Letztes Treffen. Noch einmal gemeinsam meditieren. Noch einmal gemeinsam besprechen, wie es uns mit der Achtsamkeit im Alltag ergangen ist. Ich stand heute im Stau, hab mich aber nicht aufgeregt. Ist jetzt einfach so, hab ich gedacht. Ich hab eine Präsentation gehalten. Beim ersten Mal im Dezember bin ich an die Decke gegangen, weil die Kollegen was nicht verstanden haben. Heute bin ich super ruhig geblieben. Neulich hab ich die Tram verpasst. Aber statt mich zu ärgern, hab ich die Wartezeit genutzt, in mich hineinzuhorchen. In der Feedback-Runde bedauern alle, dass es vorbei ist. Etliche befürchten, ohne die montäglichen Treffen nicht so gut am Ball zu bleiben. Aber alle nehmen es sich fest vor. Denn wir wollen unser Ziel weiter verfolgen, besser mit dem Stress klarzukommen. Vielleicht werden wir niemals in unserem Leben weniger Stress haben. Aber unsere Einstellung zum Stress und die Art und Weise, wie wir damit umgehen, die verändert sich durch MBSR. Und es entsteht für uns weniger Leiden, indem wir mehr bei uns selbst sind und die Möglichkeit haben, in Situationen authentischer zu reagieren. Ich selbst schaffe es ehrlich gesagt mäßig. Vom täglichen Meditieren, wie es eigentlich gedacht wäre, bin ich heute, fünf Monate später, weit entfernt. Was ich mir aber bewahrt habe, ist das tägliche Innehalten, das in mich hineinspüren. Und wenn ich merke, dass mich Gefühle überrollen, dann begebe ich mich an mein Flussufer und verabschiede mich von den Auslösern dieser Gefühle, setze sie aufs Treibholz und winke ihnen freundlich hinterher. Dass selbst meine Schmalspurübungen etwas bringen, merke ich deutlich. Ich fühle mich weniger und seltener gestresst, bin ausgeglichener, viel ausgeglichener und vor allem weniger getrieben und angenehm selbstbestimmt. Denn wenn die Achtsamkeit mich eines gelehrt hat, dann Ich habe die Macht, etwas zu verändern. Vielleicht nicht im Außen, aber in mir.